Die Raumfähre kann ohne Hilfe keinen Hyperraumsprung durchführen. Unser Hyperraumsprung-Tor ist geschlossen und das nächste ist über sechs Lichtmonate entfernt. Die Raiders sitzen in der Falle. Wenn es nötig ist, können wir sie glatt aushungern. Commander, in Sektor 3 öffnet sich ein Hyperraumsprung-Tor. Was? Deswegen können die Raiders so schnell auftauchen und verschwinden. Ein Schiff dieser Größe kann ein eigenes Hyperraumsprung-Tor öffnen. Die Raiders formieren sich zum Angriff. Sie fliegen direkt auf die Station zu. Sichtfenster schließen. Waffensysteme aktivieren. Alarmstufe 1. Abwehrschilde aktivieren. Sind aktiviert. Ebenso alle Waffen. Alpha 1. Die Raiders wollen unbedingt die Raumfähre haben. Ihr müsst das verhindern. Was ist mit der Station? Keine Sorge. Wir sind auf alles vorbereitet. Gut. Verstanden. Alpha Flieger. Wir holen uns die Raumfähre. Sie sind aufmacht. Was ist mit dieser Raumfähre? Die Zentauri Raumfähre fliegt auf das Raider Zentralschiff zu. Verfolgung wird abgebrochen. An alle Alpha-Flieger, die Raider-Kampfflieger sind für All- und Atmosphärenflug konstruiert. Auf die Tragflächen zielen, die sind der wunde Punkt. Die Geschützbatterien links und rechts der Startrampe auf große Reichweite einstellen. Zwei bis fünf Kilometer. Dafür muss ich das Feuer kurz unterbrechen. Verstanden. Babylon-Kontrolle an Alpha-1. Treibt die Raiders auf die andere Seite der Station. Verstanden. Wann ist es soweit? In einer Minute. Geschützbatterien umprogrammiert. Wir haben maximale Feuerkraft bis fünf Kilometer. Dann werden wir jetzt die Falle schließen. Babylon-Kontrolle an Delta-Flieger. Wo sind sie? Wir verlassen den Hyperraum, Babylon-Kontrolle. Da sind wir. Da sind wir. Das Gebiet scannen. Die Raiders ziehen sich zurück. Sehr gut. Sie fliegen genau in die Falle. Delta-Fliegerfeuer eröffnen. Alpha-Fliegerfeuer eröffnen. Geschützbatterien feuerfrei. Das war's. Alpha-Flieger, Sie schützen die Station. Delta-Flieger, Sie nehmen die Verfolgung auf. Habe verstanden. Verdammt. Delta-Flieger, Sie haben ein Raumfenster aktiviert. Ich gehe auf maximale Geschwindigkeit. Negativ, Delta-1. Keine Verfolgung. Das Raumfenster könnte sich hinter Ihnen schließen. Das Risiko ist zu groß. Aber Commander... Das ist ein Befehl, Delta-1. An alle Delta-Flieger, Einsatz beendet. Wir fliegen auf kürzestem Weg zur Raumstation.